Sekunden vor der 17 Uhr. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle zuschauen. Ich freue mich auch, dass die Bauherren dabei sind von Stylepark. Und wie Sie sehen und hören, meine Stimme halt, sitze ich allein im Museum, im dritten Stock des Deutschen Kulturmuseums in Frankfurt, hinter mir das Haus im Haus. Und direkt neben mir die Modelle der Finalisten. Und ich werde mal mit meiner Kamera jetzt umschalten. Da sind wir schon. Ja, also Sie sehen, ich bewege mich hier auf das Projekt zu von Stylepark als Modell, dass der Modellbau ist anders als üblich. Ich würde behaupten, die Jahre bei Sana haben abgefärbt. Es ist eine Art japanischer Modellbau. Das heißt, Fotos zum Beispiel der Mauer vom Petersfriedhof werden appliziert auf Pappe und sehen daher täuschend echt aus. Hier ist also der Anblick von Osten auf das Gebäude, welches sich an einer Mauer befindet, vom Peterskirchhof rechts. Ein Kindergarten mit seiner Stahltreppe. Und oben sieht man zwei Fenster. Das sind zwei Wohnungen, die über dem eigentlichen Neubau, Anbau von Stylepark sind. Also Robert war vorhin da. Der hätte vielleicht durch dieses Fenster hinausschauen können. Und wenn man jetzt ein bisschen hochfliegt über die Mauer, sieht man, dass das Grundstück doch etwas beengt ist. Und wir sind ganz erstaunt. Es handelt sich also um einen Altbau-Ründerzeit, in dem im Garten etwas addiert wurde. Und Sie sehen schon genau, was passiert ist. Da ist ein Hof hinein, ein Licht. Da ist ein Übergang zum Altbau mit Holsteck. Und zwei Etagen sind hineingebaut mit Wohnungen. Dieses Büro hat wohl auch noch eine Terrasse bekommen. Ich glaube, es sind Architekten, die da grillen. Und jetzt sieht man, dass da zwei Wohnungen entstanden sind mit Aufgangstreppe, eigenem kleinen Balkon. Und wenn man hineingebaut mit Wohnungen, sitzen kann und das Ganze findet statt in einem erstaunlichen engen Anbau. Wie Sie sehen, wurde dort gezaubert. Und dieses Addieren um einen Altbau an dieser Stelle, von dem man kaum etwas merkt, hat uns sehr begeistert. Und als wir dann in der Jury dann dort vor Ort waren, hat die Begeisterung angehalten. Und Andreas Kraftschick wird gleich erzählen, Details dazu. Aber ich muss sagen, es war eine wunderbare Angelegenheit. Wir waren begeistert von diesem Bau, von den Details, von den Feinheiten und haben uns so entzückt in der Jury-Sitzung, dass aus diesem sehr kleinen Projekt schließlich ein Finalist wurde, der gegen sehr große Konkurrenten antreten muss, was leicht unfair ist, wenn man so klein ist. Aber so ist das eben mit der Qualität. Qualität kann ja auch im sehr Kleinen vorkommen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass NKBG dabei ist. Und damit leite ich dann auch rüber an Andreas Kraftschick und steige hiermit aus. Und ich würde dir jetzt den Bildschirm wieder übergeben, Andreas. Kleinen Moment. So, jetzt müsstest du die Anfrage wieder bekommen. Ja. Genau, wunderbar. Und ich schalte dann auch aus. Bis später. So, dann würde ich zuallererst mal sagen, guten Tag an alle. Was man jetzt leider ja nicht sehen kann. Das ist eine, für mich zumindest, etwas neue Situation. Manalerweise steht man in einem schönen Auditorium und kann sich gegenseitig in die Augen schauen und kann auch so ein bisschen aufeinander reagieren. Das geht heute leider nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie ein bisschen mit auf die Reise durch das kleine Projekt nehmen, in das kleine Projekt hinein. Und auch in die Zeit, in der dieses kleine Projekt entstanden ist. Das hat eine recht lange Geschichte. Die allerersten Fragen dazu kamen im Jahr 2014 auf uns zu. Ich kann mich an einen Abend erinnern, an den ich mit Robert Vollhardt zusammen auf einer Veranstaltung war, wo der Robert mich gefragt hat, ob wir nicht zusammen mal überlegen könnten. Und ich habe gesagt, das machen wir, Robert, irgendwie das gerne total. Aber jetzt muss ich nach Hause, weil da lief gerade irgendwie ein Fußballspiel im Fernsehen. Ich glaube, das war Deutschland gegen Brasilien. Wie ist das damals? 2014. Wollte ich nicht verpassen. War gut so. Und vielleicht hat das auch motiviert, ein schönes Projekt zu machen. Wir gehen jetzt da durch. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie hier mich an diesem Bildschirm bewegen kann. Ja, wir sind in Frankfurt am Main, irgendwo in der Innenstadt. Dort, wo dieses kleine rote Kästchen gemalt ist, haben wir einen Altbau, in dem das Büro Stylepark schon seit einem Jahr sitzt, irgendwo seit ihrer Gründung, mittlerweile vor 20 Jahren. Und wir haben Robert über Stylepark kennengelernt. Es ist eine schöne, wunderbare Freundschaft daraus entstanden. Und irgendwann kam er halt, wie gesagt, im Jahr 2014 auf uns zu und hat gefragt, was man denn mit diesem Grundstück machen kann. Wenn man sich das Grundstück anschaut, das ist die gleiche Situation jetzt in der Vogelperspektive, dann sieht man, dass es eine geschlossene Häuserzeile in Richtung der Grönner Straße gibt. Auf der rechten Seite, das ist der Umgriff dort, wo die Peterskirche ist. Das ist der Peterskirchhof in Frankfurt am Main. Die älteste christliche Begräbnisstätte innerhalb der Stadtmauern, die heute allerdings ein öffentlicher Park ist. Das heißt, sie wird nicht mehr als Friedhof benutzt. Allerdings die Gräber der mittlerweile Verstorbenen und lange schon Verstorbenen sind dort noch vorhanden. Es gibt einige recht bekannte Frankfurter, die dort liegen. Herr und Frau Goethe gehören dazu. Das sind die Eltern des Johann Wolfgang und auch einige aus der Familie Metzler oder der Familie Bethmann. Also recht bekannte Persönlichkeiten. Und es ist ein wunderschöner Ort innerhalb der Stadt, der zum Verweilen einlädt und an dem unser Grundstück angrenzt. Man sieht das jetzt ein klein bisschen von der Ostrichtung geschaut, in diese Häuserzeile hinein. Und ganz links gibt es ein Gebäude, was nach hinten irgendwo verlängert worden ist. Da gibt es eine Lücke und dann rechts daneben gibt es wieder ein Gebäude, was nach hinten verlängert worden ist. Und genau diese Lücke war das, was wir vorgefunden haben. Wir kannten das eigentlich schon, dadurch, dass wir mit Stylepark auch schon in dringend Kontakt waren. Und wir haben den Hof auch gemocht, weil wir uns da immer betroffen haben. Es waren schöne Abende, die wir dort irgendwo gemeinsam verbracht haben. Und in dem Moment, wo man dort hinten hinein bauen soll, schaut man natürlich noch mal ganz genau hin. Wie sieht es denn aus? So sieht es aus. Das war das, was wir aus dem Altbau heraus erkennen konnten. Es gibt eine Brandwand auf der linken Seite. Es gibt eine Brandwand auf der rechten Seite. Und dann gibt es eine Mauer, die den Blick in diesen Peterskirchhof hinein aus dem ersten Geschoss, aus dem zweiten Geschoss ermöglicht. Aus dem Erdgeschoss allerdings nichts anderes, als eine Mauer darstellt. Die Mauer besteht aus verschiedenen Elementen. Das sehen wir gleich noch. Und der Blick in den Park ist natürlich wunderbar. Dort sieht es nochmal, so sah es dann, wenn man in den Hof hineinschaut aus. Da ist die rechte Seite schon ein bisschen saniert worden. Und der Bauherr hat uns also gefragt, was kann man denn da machen? Ziel war es, die Büroräume des Unternehmens Stylepark auf einer Ebene zu konzentrieren. Die waren bis Bato in dem Altbau in verschiedenen Ebenen unterteilt. Das hat arbeitstechnisch nicht so gut funktioniert. Und deswegen war es von Vorstandseite von der Stylepark AG gewünscht, das alles ein bisschen zu komprimieren, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen und schöne Büroräume innerhalb dieser Hofsituation herzustellen. Wir haben dann angefangen, darüber nachzudenken, was man denn da überhaupt machen kann. So sah das Ganze vom Peterskirchhof aus. Man sieht jetzt ein klein bisschen, dass die Mauer nicht ganz homogen ist. Der untere Bereich, dort, wo auch die Architare noch zu finden sind, der ist natürlich original aus den verschiedenen Jahrhunderten. Das, was da oben drauf ist, in dem Ziegelstein und in dem Betonstein, das ist 1950 oder vielleicht auch 1948, ganz genau wissen wir es nicht. Zumindest aus der Zeit, die als Nachkriegszeit uns bekannt ist. Das heißt also, man hat dort damals versucht, einfach ein bisschen Schutz zu geben und hat auch nicht genau geguckt, irgendwelche Steine sind das. Damals hat man einfach gemacht, was man konnte. Und auf der rechten Seite hat man dann später irgendwann diese Betonscheibe irgendwie noch dazugebracht. Was macht man? Wie fängt man an an so einer Stelle? Zuallererst mal fragt man natürlich, was darf man überhaupt an der Stelle bauen? Wir sind in einem sehr sensiblen Innenstadtbereich und wir müssen natürlich mit der Stadtplanung und mit der Bauaufsicht an dieser Stelle Abstimmung herstellen. Das haben wir gemacht. Wir sind erst mal mit dem, was wir dort vorgefunden haben, dort hingegangen und haben gefragt, was man denn machen darf. Da gab es eine schöne Antwort von der Stadtplanung. Und da sieht man, das war dann im August 2014. Die haben dann gesagt, dass nach dem erfolgten Ortsvergleich und nach einer internen Abstimmung landen wir zu folgender Konklusion, auch wenn ein Abdecken der gesamten Brandwand, wie das die Nachbarn machen, das führerisch erscheint, sollte allein aus Belichtungs- und Belüftungsgründen eine freiwillige Selbstbeschränkung der hinteren Zeile erfolgen. Und dabei sollte dann die im Park zugewandte Seite unbedingt über Fensteröffnungen verfügen. Sehr gut. Und eine Brandwandausbildung ist nicht gewünscht. Sehr schön. Und zumindest das obere Geschoss ist mit einer Wohnung zu versehen. Gut. Das waren also die Grundvoraussetzungen, um dann von bestimmten Parametern wie GFZ, GRZ oder auch Stellplatznachweisen an dieser Stelle befreit zu werden. Über eine Verdichtung innerhalb der vorhandenen Grundflächenzahl oder Schossflächenzahl war natürlich gar nicht mehr möglich. Und dann haben wir angefangen. Dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir mal an und überlegen, was kann man denn machen? Wir hatten dann ganz tolle Ideen. Dann haben wir gesagt, wie kann man, da kann man jetzt eine Wohnung bauen. Vielleicht kann man da so mit verschiedenen Kumpen arbeiten. Oder vielleicht kann man das Ganze auch noch ein bisschen wilder machen. Also zumindest war uns klar, dass wir den Bereich zur Brönnerstraße 24, das ist auf dem Bildschirm bei Ihnen jetzt der linke Bereich, der niedriger ist als der zur Brönnerstraße 20, das ist der rechte Bereich, dass wir da so eine Abtreppung herstellen wollen. Das heißt, wir fangen relativ verschieden an zu arbeiten. Wir probieren alles Mögliche aus, haben da verschiedene Kumpen da reingestellt. Sie sehen jetzt schon, dass die Mauer uns gar nicht mal am Anfang so richtig tangiert hat, weil wir uns gar nicht getraut haben, irgendwas damit zu machen. Wir haben gesagt, das ist das Denkmal, die lassen wir mal sein, wie sie ist und fanden unsere Ideen aber soweit eigentlich ganz ordentlich und wollten da auch eine gewisse Aufmerksamkeit mit erzielen, um diesen Bereich dann so ein bisschen in den Stadtraum wieder hineinzuholen. Das waren so die allerersten Ideen und das war dann das, was wir den Bauherren vorgestellt haben. Ja, das fand er auch eigentlich gar nicht so schlecht. Da haben wir uns schon getraut, in dem rechten Bereich diese Betonwands so ein bisschen abzusäbeln und dachten eigentlich, wir hätten eine richtig gute Idee. Und damit sind wir dann zur Denkmalbehörde gegangen. Das war eine Auflage der Stadt Frankfurt am Main, der Bauaufsichtsbehörde. Und die Denkmalbehörde war irgendwie gar nicht begeistert, indem wir es wieder gemacht haben. Die sagte, mit Überkragung und Eieiei, das ist aber eine denkmalbeschützte Mauer. So geht es nicht. Und dann dachten wir, waren natürlich extremst enttäuscht. Dann überlegte wir so, warum denn nicht? Und das war eigentlich ganz gut, weil wir haben dann gefragt, ja, okay, so nicht. Was dürfen wir denn dann machen? Also was ist denn Ihre Idee? Und das hat eigentlich eine sehr intensive und sehr spannende Diskussion zusammen mit der Denkmalpflege ausgelöst, wie man denn an dieser Stelle mit Hinterhof Bebauung und mit dieser denkmalbeschützten Mauer im unteren Bereich überhaupt umgehen kann. Es kam dann eigentlich in der gemeinsamen Diskussion, sowohl mit der unteren Denkmalbehörde, das heißt mit der Stadt Frankfurt, als auch mit der Landesdenkmalbehörde, kam dann heraus, dass es vielleicht sinnvoll ist, etwas mit der Mauer zusammen zu machen. Das heißt also, irgendetwas herzustellen, was mit der Mauer zu tun hat oder aus der Mauer herauswächst. Das haben wir akzeptiert. Das haben wir gesagt, ja, das können wir sehr gut verstehen. Wir mussten dann allerdings noch mal neu denken und haben dann angefangen, darüber nachzudenken, wie man aus dieser Mauer heraus, mit dieser Mauer heraus ein Gebäude entwickeln kann. Da gibt es jetzt auch verschiedene Herangehensweisen. Was man schon sieht, ist, dass wir dieses Hubische, dieses Abtreppen zu den Nachbarn versucht haben, ein bisschen aufrecht zu erhalten. Nach Süden hin, zum bei Ihnen auf dem Bildschirm jetzt links stehenden, etwas niedrigeren Gebäude, wollten wir eine etwas größere Abstandsfläche haben, um möglichst große Belichtung herzustellen. Und zum nördlichen Nachbarn wollten wir dann direkt anbauen. Das hat dann gleichzeitig natürlich die kleine Problematik, dass in dem Moment, wo man nicht auf die Grenze baut, kommt man natürlich in eine Abstandsflächendiskussion. Die muss man einhalten. Und auch deswegen hat das Kubische an der Stelle eigentlich so ein bisschen geholfen, die Form zu finden. Das sind weitere Proben. Wir arbeiten also mit relativ vielen Varianten. Wir versuchen irgendwo, uns relativ langsam an eine Aufgabe zu nähern und auch in alle Richtungen denken zu dürfen, bis wir eine Lösung haben, die sowohl uns als auch den Bauherren als auch natürlich die genehmigen Behörden und der Stadt Frankfurt und damit auch die Allgemeinheit in die richtige Richtung lenkt. Das kam dann zu diesem Ergebnis. Da sieht man, dass das momentan alles natürlich noch total schön weiß ist. Da ist noch keine Friedhofsmauer zu erkennen, da ist noch kein Nachbar zu erkennen, gar nichts. Uns hat erst mal in dem Moment interessiert, wie man aus dieser Mauer heraus, mit dieser Mauer oder aus diesem Vorhandenen ein homogenes Ganzes herstellen kann. Wir sind dann natürlich in die Problematik gekommen, nachdem das ganz gut funktioniert hat, unserer Meinung nach, im Grunde nachdem die Räume auch gut dargestellt worden waren, in eine Materialität zu kommen. Gleichzeitig müssten wir natürlich für den Bauherren ein Raumkontinuum schaffen. Der Platz ist nicht groß, den wir da hinten haben. Wir haben also diesen kleinen Hinterhof gehabt, den haben Sie gerade gesehen. Und die Frage ist natürlich, wie schließt man ein Bürogeschoss und Wohnungen an diese vorhandene Bebauung, eben auf dem Bildschirm jetzt auf der linken Seite an. Man sieht, ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch diesen Pfeil hier sehen, ich hoffe das mal, wie das Computermaus, das hier ist der Bestandsbau auf der linken Seite. Hier geht man von der Straße aus ein paar Treppen hoch. Das heißt also, man kommt auf einem Halbgeschoss in diesem Gebäude an, geht in diese Büroeinheit hier. Das ist der Bestand, da ist Stylepark schon immer gewesen, da sind Sie auch weiterhin. Und wir haben den Bestandsbau dann hier über diese bereits vorhandene Fenstertür erschlossen, haben hier Büroräume eingefügt, haben hier nochmal Büroräume eingefügt und haben sowohl an dieser kleinen Stelle als auch hier einen dann jetzt verkleinerten Hochbereich gelassen. Den Abstand hier, den wollten wir ganz bewusst haben, um möglichst viel Licht in diese momentan ja nur über den Hochbereich belichteten Räume zu bekommen. In diese Mauer hier, die denkmalgeschützte Mauer, durften wir keine Öffnung herstellen. Diese Öffnung, die hier zu sehen ist, die ist oberhalb der denkmalgeschützten Friedhofsmauer. Und dann kamen wir also gleich auch zu der Problematik, dass wir natürlich hier eine andere Höhe haben als auf dieser Höhe. Und wie gehen wir denn mit diesen verschiedenen Höhenversetzen um? Die mussten wir jetzt irgendwie da rein integrieren. Und das werden Sie dann später auch sehen, wie wir das gemacht haben. Im oberen Bereich gab es Wohnungen zu erschließen. Und die Problematik ist jetzt natürlich, dass man hier ein Treppengeschoss hat, irgendwo das nicht direkt andockt. Wir haben also das Halbpodest genommen und sind dann hier über die vorher Fenster des Altbaus, jetzt eine Fenstertür des Altbaus, über diesen Terrassenbereich, der dann die Erdgeschosszone, also die überdeckte Erdgeschosszone mit dem Obergeschoss verbindet, haben wir hier eine Wohnung erschlossen. Das ist eine Wohnung, die hat ca. 65 Quadratmeter mit Eingangsbereich, Bad und WC, Küche, Essen, Wohnen und einem leicht abgetrennten Schlafbereich. Unsere Idee war, diese Wohnung nicht im Zimmer aufzuteilen, sondern in Raumfolgen. Eine 65 Quadratmeter große Wohnung im Einzelzimmer aufzuteilen, kommt in ganz kleine 10 bis 15 Quadratmeter Zimmer raus. Das fanden wir nicht so gut. Wir wollten eigentlich den Gesamtraum erfahrbar lassen und dann über Raumabschnitte, über Raumkontinuum versuchen, den Raum zu gliedern. Das ist auch über verschiedene Höhenstaffelungen passiert, dass man Bereiche, in denen man höhere Decken hat, wo natürlich sich anders auffällt, vielleicht eher, wo dann abends sitzt, und Bereiche, in denen man eine niedrigere Deckenhöhe hat, da dann eher die Schlafbereiche angeordnet hat. Die zweite Wohnung ist dann über diese Treppenanlage hier erschlossen. Da gibt es eine schöne Vorterrasse, ist noch ein bisschen kleiner. Er ist dann über diese Tür hier erschlossen, hat einen kleinen Vorraum, der direkt in die Küche führt. Dann gibt es ein kleines Progest. Hier hinten gibt es ein Essen und Wohnen und noch ein kleines Schlafzimmer. An der Stelle, das ist jetzt an der Stelle abgetrennt, weil das irgendwie alles nicht ganz gut möglich war. Und mit den schönen Blicken natürlich in den Peterskirchehof hinein, die ja auch von der Stadtplanung gewollt waren. Wir haben ja gehört, dass Fenster zum Park gewollt sind. Das haben wir dann auch großflächig umgesetzt. Nachdem das also schön weiß alles irgendwo wunderbar funktioniert hat, kam die nächste Problematik. Welches Material nimmt man eigentlich? Wir haben unten drunter, naja, irgendwas, was so ein bisschen aus den mittelalterlichen bis barocken Zeiten stammt, mit Architrafen. Und dann haben wir darüber einen Teil aus den 50er Jahren, der uns sehr wichtig war. Wir wollten den erhalten. Wir haben also gesagt, dass wir diese Mauerreste aus den 1950er Jahren nicht entfernen wollten. Wir wollten die mit in unser Gebäude integrieren, weil die für uns als Geschichte genauso sinnvoll sind, wie alles das, was vorher war. Es gibt keinen besser oder schlechter oder wertvoller oder nicht wertvoller. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Begründung. Und wir sind nur diejenigen, die auf das, was vorher war, aufbauen und nicht diejenigen, die das, was vorher war, auch noch bewerten wollen. Das heißt also, wir mussten irgendwas finden, was sowohl die denkmalgeschützte mittelalterliche oder altertümliche Mauer als auch unser jetziges miteinander verbinden. Und wir haben dann verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Geschlemmtes Mauerwerk, dunklen Klinker, verschiedene hellere Klinker, großformatige Steine, bunte Steine, Protonsteine. Und sind dann letztendlich dazu gekommen, einen Klinker zu nutzen, irgendwie einen Vormauerstein, der die Qualitäten aus der vorhandenen Fritos-Mauer mit den Qualitäten des Neubaus ein bisschen miteinander verbinden sollte. Und wie schafft man es jetzt, so eine heterogene Struktur in ein homogenes Mauerwerk zu versetzen? Da haben wir uns überlegt, dass wir mit verschiedenen Steinformaten arbeiten wollen. Und das sind das ENF-Format, das HF-Format und das FF-Format. Das heißt also, das klassische Dünnformat, das Hamburger Format und das Flensburger Format. Die haben verschiedene Steinhöhen. Wir wollten das in diese gesamte Struktur mit einbringen, um so ein bisschen auch die Unruhe zu zeigen, die in der unteren Mauer ist, irgendwo diese dann in die obere Mauer, unsere neue Mauer überträgt. So etwas muss man natürlich dann jetzt planen. Wir wollten, sehen Sie, die Stoßfugen irgendwo von 2 bis 10 mm ausbilden. Nach der Steinlinge jeweils die Lagerfugen mit 12 mm. Und für uns war es das allererste Mal, dass wir in dem oder in dieser Situation mit Ziegelmauerwerken arbeiten. Wir haben schon Holzbauten irgendwo hergestellt, wir haben mit Holzfassaden gebaut. Aus meiner Vergangenheit irgendwo habe ich auf Zollverein irgendwo in Essen natürlich auch schon Klinkerbauten gekannt. Aber in dieser Bestandsstruktur mit Klinker zu arbeiten, war für uns neu. Und wir haben uns dann sehr intensiv mit den Klinkern auseinandergesetzt, irgendwo mit dem Stein auseinandergesetzt und wollten den dann sehr ernst nehmen. Das heißt also, dass wir die Fensteröffnung irgendwo auf das Steinformat anpassen wollten und die ganzen Ecken so bauen wollten, dass man natürlich auch keine Fugen sieht. Und alles das musste jetzt in diese Steine übersetzt werden. Und bevor man natürlich anfängt zu bauen, muss man eine Ausschreibung machen. Da muss man auch sagen, wie viele Steine von welcher Sorte möchte man denn irgendwo verbauen, damit der Unternehmer die bestellen kann. Und das musste man alles planen. Und es gibt also von diesem ganz, von diesem DNF-Format 15 Prozent der Steine, von diesem Hamburger Format 25 Prozent der Steine und von dem Flensburger Format 60 Prozent der Steine. Das sind die ganz, das sind die ganz kleinen, die die meisten Anteile haben. Und da muss man die Fassade dann auch auslernen. Das heißt, man muss die Steinschichten zeichnen. Man muss wissen, wie viele Steine an welcher Stelle verbaut werden, damit der Maurer nicht am Ende da steht und sagt, hup, ich habe ja von dem Format gar keine mehr. Jetzt passt mein Maß nicht. Wir haben es also versucht, in die Fassade zu integrieren und haben dann dieses Bild entdeckt oder entwickelt. Und dieses Bild ist von der Denkmalpflege und von der Stadtplanung angenommen worden. Wir haben daraufhin eine Baugenehmigung erhalten und durften also anfangen zu bauen. Wichtig ist uns die Dreidimensionalität des Ganzen. Das ist natürlich eine schöne Zeichnung, aber so soll es ja später aussehen. Wir haben dann auch damit experimentiert, wie die Fensterlaibungen auszuführen sind. Das heißt, es gibt Fensterbereiche, die eine sehr tiefe Laibung haben, nämlich Fensterbereiche, die so gut wie keine Laibung haben, um da noch einmal ein gewisses Spiel mit Licht und mit Mauerwerk und auch mit verschiedenen Fensterformaten einfach herstellen zu können. Da sieht man eigentlich schon ganz schön, dass es so eine Verzahnung zwischen dem historischen 50er Jahre und denkmalgeschützten Mauerwerksbestand gibt und unserer Mauer, dass die Fenster natürlich dann auch einen klassischen Rahmen bekommen, der dann auch farblich irgendwie an die Steine angepasst sein sollte und das alles sehr schön im Steinformat geplant sein soll. Und so sollte es aussehen. Da sieht man das erste Bild. Kann man überprüfen. Wir waren dann nachher der Meinung, irgendwie hat es ganz gut funktioniert. Man sieht jetzt also ganz schön, dass die vorhandene Mauerstruktur mit unserer Mauerstruktur ganz schön in Einklang gebracht worden ist, dass die Kanten ganz schön sind und dass die Fensterstürze, je nachdem, wo wir es uns gedacht haben, eigentlich auch ganz gut umgesetzt sind. Und dieses Bild der Fassade, das entsteht nicht einfach so, weil der Architekt meint, es sollte so sein, sondern da gibt es natürlich einen Plan. Das heißt, wir müssen genau planen, wie ist diese Verzahnung der alten Mauer. Wir müssen hier jemandem sagen, wie soll er das alte abreißen, wo soll er die Schnittkanten machen. Und dann haben wir natürlich auch Höhen. Wir haben auch noch dahinter liegende Geschosse. Wir haben auch noch Fenster, die eingebaut werden müssen. Und zur Erinnerung, wir haben verschiedene große Steinformate. Das ist natürlich ein schönes Bild und das ist keine Schraffur oder sonst irgendwas, die darüber liegt, sondern das ist natürlich ordentlich ausgeplant. Das sind die verschiedenen Steine, die verschiedenen Steinformate in dem Verhältnis 60, 15, 25 Prozent, die wir natürlich vorher schon bestellt hatten, um da zu zeigen, welcher Stein wird denn in welcher Lage, an welcher Stelle verbaut. Diese Zeichnung, die Sie jetzt von der Ostfassade sehen, gab es für alle Fassaden. Wir arbeiten ohne vertikale Dehnungsfugen. Das ist nach Mauernetz dienen möglich. Das heißt also, unsere Steinlagen laufen durch das ganze Gebäude. Und das muss dann auch auf der Baustelle umgesetzt werden. Das heißt, wir waren dann relativ intensiv vor Ort und haben das mit den ausführenden Unternehmern, mit den Maurern durchgesprochen. Das war am Anfang ein bisschen wackelig. Wir haben dann eine Woche vor Ort jede einzelne Steinreihe mit denen zusammen eingemessen. Und nachdem das erledigt war, hat es dann auch gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Das Ergebnis zeigt dann das Bild, was wir vorher geplant haben. Wir waren damit sehr zufrieden. Hier noch einmal die Verzahnung. Da sieht man es ganz schön, wie das Mauerwerk ineinander übergeht. Da war das natürlich nicht 200-prozentig, den gut zu sagen, ob die Lagerflue irgendwo wirklich genau 12 mm, oder manchmal 15. Die Freiheit hat der Maurer dann aber auch gehabt. Im Grunde hier sieht man es eigentlich ganz schön, dass man fast gar nicht mehr erkennt, welches ist der alte Stein, welches ist der neue Stein. Und das Bild mit der Friedhofsmauer zusammen lässt dann ganz schön erahnen, dass es eigentlich ein ganz klassisches Weiterbauen ist, wie man das eigentlich schon immer gemacht hat, wie man das schon vor 500 Jahren eigentlich irgendwo ein Stein auf den nächsten gesetzt hätte und wie es eigentlich auch aus der Logik des Ziegelsteins hervorgeht. Das ist aber das Endergebnis. Wie fängt man damit ganz mit sowas an? Man fängt natürlich zuallererst mal an mit einer Gründung. Und die war nicht ganz einfach, weil wir haben dann gelernt, nachdem wir ein Wohnengutachten natürlich haben erstellen lassen, dass wir den tragenden Baugrund auf minus 3,50 Meter unserer vorhandenen Sohle finden. Das ist erst mal so. Eine Fahrgründung war an der Stelle ausgeschlossen, weil die Nachbarhäuser das, glaube ich, nicht mehr mitgemacht hätten. Wir haben dann eine Brunnengründung umgesetzt. Das heißt also, dass wir irgendwo diese Schachtringe da gesetzt haben. Wir sind immer wieder ausgegraben. Also da hat man immer wieder ein bisschen ausgegraben und dann ist es mit Beton später verfüllt worden. Davon haben wir neun Stück. Und man sieht eigentlich schon, die kleine Herausforderung der Baustelle war dann, dass man eigentlich gar keine Baustellenfläche hat, außer das, was man wirklich verbaut. Man hat keine Lagerfläche, man hat keine Standfläche, man hat nichts, wo man ein Dixi-Klo oder sonst irgendwas hinstellen konnte oder Materiallager. Der Bauplatz war mehr oder weniger komplett verbraucht für das, was wir da an Bodenfläche herstellen. Es war auch nicht ganz leicht, irgendwo so einen kleinen Bagger und so ein Irgendwas da reinzustellen. Alles das ist über den Kran erfolgt. Und alles natürlich unter erheblichem Schutz der Nachbargebäude und unserer schönen Mauer, die wir unbedingt erhalten wollten und auch erhalten wurde. Das ist dann natürlich alles ganz ordentlich gemacht worden. Das Innere ist mit einem Protonmauerwerk bestellt worden. Alles nach heutigen Regeln der Technik. Das heißt, wir haben auch eine Enne-Vorgabe, die wir einhalten mussten. Deswegen konnten wir nicht im inneren Bereich, wo wir Räume hatten, die äußere, hinkmalgeschützte Mauer sichtbar lassen. Wir mussten eine Wärmedämmung dazwischen legen. Das uns aber auch ein bisschen geholfen hat, einen Abstand zu wahren und so die Toleranzen auszugleichen. Das hat ganz gut funktioniert. Und da sieht man noch, dass die Mauer noch nicht angefasst. Alles ist noch so, wie man es vorgefunden hatte. Das war natürlich ein heikler Moment, in dem Moment, wo man entscheiden musste, was nimmt man hier von der Mauer weg? Was bleibt da? Wie gehen wir daran an? Vor dem Neubau kommt natürlich der Abbruch und alles, was einmal weg ist, ist dann auch weg. Aber irgendwann ging es dann los. Und da sieht man auch ganz schön, das sind so die ersten Steinreihen, die wir da gesetzt haben, dass wir es ernst gemeint haben. Wir haben wirklich auf der vorhandenen Mauer aufgebaut. Da gibt es einfach nur eine Mörtelschicht, eine Betumbahn und dann kommt unser Stein, der die alte Mauer mit der neuen Mauer verzahnt. Schön ausgerichtet alles. Und da unten, da gibt es nochmal etwas größere Fuge, da gibt es nochmal etwas kleinere Fuge. Das ist halt der Übergang. Das muss man hinbekommen. Wir haben lange mit den Maurern diskutiert. Und die haben im Endeffekt, muss man dazu sagen, einen perfekten, einen ziemlich guten Job gemacht. Man braucht auch immer diejenigen, die das ausführen und nicht immer nur diejenigen, die das denken. Ohne die, die da vor Ort die Steine setzen, wäre die ganze Architektur gar nicht möglich. Das Ganze ist so langsam bewachsen. Es wuchs und wuchs. Irgendwo haben wir auch ein schönes Gruß gestellt. Und das war der einzige Zugang, den wir direkt zu der Baustelle hatten. Ansonsten hätten wir immer durch den Altbau gemusst. Das war natürlich auch eine Zeit lang möglich. Das ist die öffentliche Grünfläche, die wir netterweise irgendwo an der Stelle mit dem Gerüst zustellen durften. Unser Kran stand dann auch auf der öffentlichen Grünfläche. Das war nicht ganz so leicht im Grünflächenamt, das alles durchzuarbeiten. Aber letztendlich hat es ja dann doch funktioniert. Es wächst und wächst und wächst. Und so sieht die Mauer dann aus, wenn sie fast an ihrem oberen Punkt angekommen ist. Wir haben dann natürlich im Vorfeld, das sieht man an der Zeichnung schon, die wir gezeichnet hatten, darauf hingearbeitet, keine Blechabdeckung oder Ähnliches zu haben als Mauerwerksabdeckung. Wir haben Betonabdeckung ausgeschrieben. Wir haben uns auch was überlegt. Und die ausführende Firma hat uns dann einen schönen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, das sind die Betonabdeckungen, die wir dann entwickelt haben. Da haben wir gesagt, nee, das haben wir uns nicht ganz so gedacht. Das ist Betonabdeckung schon, aber eigentlich wollen wir ja nur Ziegelsäen. Und bei allen Kämpfen, die wir mit den Firmen dann vor Ort auch zu führen hatten, die waren meistens gar nicht technisch in der Natur, sondern eher monetärer Struktur, haben wir dann aber auch eigentlich wunderbar mit denen weiter zusammengearbeitet und haben mit denen überlegt, wie man denn das Ganze herstellen konnte. Und dann haben wir die Betonabdeckung mit denen zusammen einfach versucht, ein Modell zu bauen, haben überlegt, ob man die nicht, die Steine, das sieht man hier so leicht, ob man die nicht einschlitzen kann, um dann irgendwo in einen Betonfertigteil hineinzugießen. Da gibt es dann auch noch eine Bewährungslage, wo das Ganze zusammenhält. Und so haben wir dann gedacht, können wir das herstellen. Die sind alle dann irgendwie auf der Baustelle gemacht worden. Die sind dann da auch vor Ort jeweils gemäß dem Aufmaß, was der jeweilige Maurer dann vornehmen konnte, auf der Baustelle in Fertigteilelementen hergestellt. Und so fanden wir das prima. Der Innenausbau, wo der ist dann auch von Klappen gegangen, den gibt es ja auch, es gibt nicht nur die ausrückliche Klinkerwand, sondern es gibt natürlich auch die Menschen, die ja dann arbeiten, die ja dann später leben wollen. Und hier sieht man ein klein wenig, wie wir mit den verschiedenen Raumhöhen gearbeitet haben. Und als wir das dann vor Ort gesehen hatten, wir hatten am Anfang gesagt, irgendwo, wir machen innen drin alles weiß, irgendwie so eine klassische weiße Kiste. Und man sagt, aber eigentlich ist der Beton ziemlich gut, irgendwo, den können wir doch lassen. Zumindest in den Deckenbereichen. Es ist kein ausgeschriebener Sichtbeton, es ist einfach nur eine Betondecke. Dadurch, dass die Firma relativ neue Schaltafeln genommen hat oder vielleicht auch nehmen musste, war natürlich irgendwo die Anlieferung nicht ganz so einfach war. Dann haben wir gesagt, nee, das ist einfach ziemlich guter Betonqualität, die lassen wir so. So sah es dann später aus. Irgendwann ist der Fußboden fertig. Das ist ein Holzfußboden, den wir dann eingebaut haben. Die Wände sind verputzt oder teilweise dann auch nur gespachtelt in den Betonelementen. Dort sind die dann beweist worden. Der Fußboden, das ist eine Eiche, die ist dann nur noch geölt worden. Und dann war das Gebäude irgendwann fertig. Die Architektin hat dann irgendwann den Bauherrin angerufen und meinte so, das war's, jetzt konnte er vorbeikommen. Alles gemacht, alles fertig. Und es schaut ordentlich aus. Das ist wirklich nicht der Fall, irgendwo die Bauherrin war, wo die Architektin war am Ende zufrieden mit ihrer Arbeit und hat sich gefreut, das Ganze dann auch mit dem Bauherrin peilen zu dürfen. Das ist der Innenhof, den wir hergestellt haben. Und so sieht er in die andere Richtung aus. Der Verbindungsbau zwischen vorhandenem Gebäude, zwischen Altbau aus der Gründerzeit und unserem Klinkerbau, der ist nicht verklinkert worden, weil das Klinkergebäude gehört zu Denkmalschutzmauer und der Zwischenbereich, der ist einfach nur verputzt, um als mehr oder weniger Gelenk zwischen beiden Gebäuden fungieren zu können. So sieht das aus. Das ist jetzt der etwas größere Innenhof mit den Bürofenstern für die Freitagmitarbeiter. Und jetzt gehen wir einfach mal durch das Gebäude durch. Hier kommen wir an. Das ist der Übergang vom Altbau in den dann neu angeschlossenen Neubau. Ja, und an der Stelle kommen wir an. Auf der linken Seite sieht man den ersten Bereich, den hohen Deckenbereichen. Das ist die Lounge, irgendwo der Treffpunkt, irgendwo die gemeinsame Küche, der Coffee Point, Coffee Point, wie man das momentan nennt. Und das Herz des Ganzen, wo man sich trifft, wo man informell miteinander schnacken kann und wo man auch einfach mal sich in die Fensterbank setzen kann, ein bisschen was lesen kann. Auf der rechten Seite, das ist dann der erste Arbeitsplatzbereich, der dann einen großen Ausblick in den kleinen Hof hat. Und wenn wir uns umdrehen, dann zurückblicken, auch einen Blick in den großen Hof hat. Hier sieht man auch die unterschiedliche Höhenstaffelung. Wir versucht haben, das Niveau des vorhandenen Altbaus mit dem Hofniveau zu verbinden, um dort überhaupt noch die Möglichkeit zu schaffen, um wieder oben drüber anschließen zu können. Dort, wo die Wotschi-Lampe hängt, das ist der Bereich, wo wir dem ersten Oberbeschoss oben drüber noch eine Terrasse spendiert haben. Das, was Peter vorhin meinte, wo wir jetzt wahrscheinlich auch immer draußen sitzen und grillen, was natürlich aber auch noch den Vorteil hatte, an der Stelle noch mal ein ordentliches und großes Südlicht für das Erdgeschoss zu bekommen und diesen gemeinsamen Coffee-Point-Bereich noch mal richtig von beiden Seiten zu belichten. So sieht das dann aus, wenn man alle Fenster sehen kann. Es sind verschiedene Lichtsituationen, möglichst helle Räume, die tagsüber im Laufe der Sonne dann auch unterschiedliche Farben und unterschiedliche Lichtbespielungen bekommen, sodass man, trotzdem man im Erdgeschoss sitzt, nicht auf die Straße und nicht in den Park gucken kann, das Gefühl hat, mittendrin zu sitzen. Aus dem kleinen Hof hinaus, in den zweiten Arbeitsbereich, das heißt also, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, natürlich darüber quer zu lüften, die Pausen irgendwo in den kleinen Höfen auch zu benutzen, sich zu entspannen und ja, möglichst viel Licht über diese Sachen, über diese Momente in die Bürogräume zu bekommen. Nun gehen wir in die Wohnung. Da müssen wir über die Terrasse gehen. Das ist der Weg zu den beiden Wohnungen aus dem vorhandenen Halbgeschoss des Altbaus hinaus. Da sieht man jetzt schon auf der linken Seite die Holzvertefelung. Das ist dieses große, schöne Fenster, was dann diesen Coffee-Point nach unten belichtet und die erste Tür, wie man hier schon sieht, hier, das ist die erste Wohnung, im ersten Obergeschoss. Und die gehen wir jetzt über, diese schöne Terrasse, die dann mit dem Holz belegt ist, genauso wie die Fußböden in den Wohnungen. Gehen wir jetzt einfach mal hinein. Dort sieht man, alles, was in den Steinen hineingebaut worden ist, ist so angepasst, dass wir keinen Stein schneiden mussten, dass wir alles mit den Steinformaten abbilden konnten. Die Wohnung selbst im ersten Obergeschoss, wie gesagt, und wo es ein Raumkontinuum, verschiedene Höhenstaffelungen, sowohl im Fußboden als auch im Deckenbereich, um unterschiedliche Raumsituationen herstellen zu können, ganz reduziert. Es gibt einen Holzfußboden, es gibt die weißen Landbereiche und es gibt dann die Betondecke und es gibt diesen einen großen Raum, in dem sich dann alles kopiert, den man hier nochmal sieht, mit dem großen Fenster, mit dem Ausblick auf den Peterskirchhof und die privateren Bereiche, ein bisschen mehr orientiert zum Innenhof, sodass es nicht super exponiert ist. Wir drehen uns um, dort ist der Küchenbereich, orientiert zur Terrasse, dass man dann auch morgens den Kaffee und die Zeitung lesen kann, im Sommer natürlich, wenn es schön warm ist, mit dem Blick auf den Peterskirchhof. Dann gehen wir hinaus, gehen auf der linken Seite auf die kleine Treppe, die uns dann, hier sieht man auf der rechten Seite, zur Wohnung im zweiten Obergeschoss führt. Da sieht man auch nochmal, wie wir versucht haben, natürlich alle Elemente miteinander anzupassen, den Stein sehr schön wirken zu lassen und das Material des Holzes. Das ist jetzt schon ein bisschen langsam verkraut, irgendwo man merkt es schon, so annähernd irgendwo in den Bildern, was dann auch nochmal so eine ganz eigene Haptik bringt und das Ganze irgendwo so sehr natürlich miteinander verschmelzen lässt. Das ist nochmal der Blick aus dem Altbau auf die Terrassen des Neubaus. Wir befinden uns ja jetzt eigentlich schon auf dem Weg in die Wohnung des zweiten Obergeschosses. Diese Tür gehen wir gleich hinein und da sieht man natürlich auch ganz schön, wie diese Abdecksteine oder diese Abdeckelemente aus Beton mit dem vorderen Ziegelbau, wo das Ganze sehr rund werden lassen und so eine schöne Möglichkeit geben, sich da heimlich zu fühlen. Wir wohnen im zweiten Obergeschoss, die noch kleiner ist, die hat ungefähr 45 Quadratmeter, ein wunderschönes Fenster hier zum Peterskirchhof mit einer kleinen Kausch da vorne, in der man sich sehr bemüglich machen kann. Der Blick in die andere Richtung, Küchenzeile mit dem Esszimmer zum Terrassenbereich und der Eingangsbereich ist dann zur Treppe nach vorne. Da gehen wir wieder hinaus. Da schieben wir uns von den Innenräumen, gehen jetzt wieder über die Terrassen, wie gerade schon gesehen, zurück und gehen nach außen. Das ist das Bild, wie sich die Gesamtsituation an der Schleffernstraße auf dem Peterskirchplatz und zur Peterskirche hin orientiert. Und das ist unser Gebäude auf der linken Seite, wie es sich aus der vorhandenen Mauer herausentwickelt. Und was wir oft gehört haben, es scheint so, als wäre es schon immer da gewesen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Kompliment. Und was mit so einer modernen Architektur, die am Anfang ja doch ein bisschen marktschreierischer war, als sie jetzt da ausgeführt worden ist, was wir auch richtig finden, was eine Entwicklung ist, was ein Nachdenken erfordert und ein Ausprobieren erfordert, wie sie sich dann jetzt vor Ort darstellt. So sieht sie aus. Dort sieht man auch noch mal sehr schön, wie der Stein in den verschiedenen Lichtsituationen ein eigenes Schattenspiel darstellt. Der Stein ist nicht ganz gerade. Es ist ein Wasserstrichstein, der bebrannt ist irgendwo in Dänemark. Das ist von der Firma Petersen-Kegel. Die Nummer ist die D46, falls es jemand wissen möchte. Es gibt verschiedene Farben und verschiedene Abstufungen. in dem wir an der Stelle so verbaut haben, mit einer relativ unsichtbaren Fugenfarbe, sodass mehr oder weniger das Material als solches wirken kann. Das Material als solches irgendwo in der Sonne, wo den Baukörper noch mal plastisch richtig erschließt. Die Abendsbereiche. Wir freuen uns natürlich alle, wenn wir uns demnächst dann wieder hoffentlich gemeinsam vor Ort treffen können und eben die jeweiligen Höfe gemeinsam nutzen können. Die Situationen, die geschaffen worden sind, nicht nur im Innenraum, sondern auch die Außenräume gemeinsam miteinander bespielen können. Was auch immer wir da tun, drillen, feiern, schnacken, trinken und einfach nur die Situation mit zusammen, mit Innen und Außen zusammen genießen. So scheint es nachts in den Außenraum, in den Stratraum und damit möchte ich mich zuallererst mal wieder aufmerksamkeit bedanken. Ja, Andreas, vielen Dank. Deinen schönen Vortrag. Ich hoffe, es ist verständlich geworden. Jetzt kann man gut nachvollziehen, wieso dieses Projekt ein Finalist wurde, obwohl es von der Bausumme her was waren die Kosten unter einer Million? Ich habe den Kollegen Schipperfield ja bei der Preisverleihung gesagt, das ist nicht ganz fair, weil er hatte ungefähr das 150-fache Budget zur Verfügung und er musste selber auch lachen. Also ein Finalist unter einer Million und das ist natürlich super und die Komplexität ist sehr hoch, die Detailgenauigkeit, die wunderbare Ausführung, all das war sehr überzeugend. Vielen Dank, das hast du gut dargestellt, besonders im Machen dieses Projekts und das ist, glaube ich, da werden jetzt sicherlich viele Detailsfragen kommen von den Zuschauern, die sich jetzt melden und Nicole, lies doch mal vor. Ja, genau, zwei Fragen sind schon gekommen. Moment. Okay. So, die erste Frage ist, woher wusstet ihr, dass die Bestandsmauer die neue Mauer auch tragen wird? Das wussten wir nicht. Wie habt ihr es festgestellt? Naja, also die gesamte Mauer ist nicht auf der vorhandenen Mauer abgelastet. Und es gibt natürlich in den Deckenbereichen, wo haben wir Konsolen eingebaut, es sind allerdings Teilbereiche, die wir wirklich auch aus den Bildern sichtbar gewesen sind, irgendwo belastet haben. Also wir wussten es wirklich gar nicht. Und ich kann mich an eine wunderbare Frage von unserem Bauleiter erinnern, ob wir das denn haben, mal statisch rechnen lassen. Und ich habe dann auf der Baustelle nur erwidert, also wenn wir das statisch rechnen lassen, dann fliegt uns das ganze Ding hier um die Ohren. Dann müssen wir wahrscheinlich die Bestandsmauer abbrechen. Und wir haben es einfach gemacht und wir haben das deswegen gemacht, wir haben uns das deswegen getraut, weil wir natürlich ein gewisses Maß an Steinen erstmal dort heruntergenommen haben. Und wir haben gesagt, dass das, was wir runternehmen, wird die Mauer wahrscheinlich auch wieder tragen. Da wird nichts passieren. Und ungefähr das, was wir an Mauersteinen dort runtergenommen haben, haben wir wieder draufgesetzt und der Rest ist oben drüber natürlich dann über eine Konsole abgelastet. Okay, dann kriegt ihr ein großes Lob für euer Attica-Detail. Und die Frage dazu ist, wie wurde die Abdichtung am vorderen Ziegelteil sichergestellt? Das verrate ich nicht. Das verrate ich nicht doch gerne. Das ist natürlich kein Detail, was man im Mauerwerksatlas findet oder in der DIN oder was man im Baukonstruktionsseminar drittes Semester lernt. Allerdings, wenn man im Baukonstruktionsseminar richtig aufpasst, dann weiß man zumindest, was man herstellen muss. Weil man muss eigentlich nur sicherstellen, dass die Wand, die unten drunter ist und diese Dämmung irgendwo beinhaltet, dass die nicht durchfeuchtet, nicht durchnässt. Die gesamte Mauerschale als 11,5er Mauerwerk ist nicht schlagregendicht. Das heißt, die ist immer irgendwo schlagregend gefährdet und muss deswegen diffusionsoffen sein. Das heißt also, was sich verhindern muss, ist, dass dauerhaft Wasser von oben eindringt. Und wir haben unter unser schönes Attika-Detail haben wir eine Bitumbahn gelegt, also mehr oder weniger eine Sperrschicht, die man im unteren Bereich auch gegen stauerndes Wasser, was nach oben drückt, irgendwo verwendet. Genauso haben wir das genommen im oberen Bereich als Sperrschicht, die Wasser daran hindert, irgendwo von oben nach unten zu gelangen. Die ist da drunter gelegt worden und die dichtet mehr oder weniger das darunterliegende Mauerwerk vor dem eindringenden Wasser von oben ab. Okay. Dann ist die eine Frage, warum habt ihr euch für ein Flachdach entschieden? Das hat sich ein bisschen auch aus der Nutzung heraus ergeben. Man sieht das ja auch, dass auf der linken Seite gibt es schon ein Gebäude, also jetzt auf dem Bildschirm, irgendwo auf der linken Seite gibt es oder das im Süden anschließende Gebäude war schon ein Flachdach und wir hatten das, also im nördlichen Bereich schloss dann so ein, ja, ein sehr flaches irgendwo Satteldach an und aus der Kubatur, des Ganzen, aus der Kubatur des Steines wollten wir eigentlich nur den Stein haben. Und wir haben natürlich auch ein Abstandsflächenproblem, das heißt, wir haben ein Höhenproblem. Wenn wir jetzt darauf ein Satteldach gesetzt hätten, hätten wir, um die gleiche Ausnutzung zu bekommen, wahrscheinlich ein Geschoss weniger bauen können oder hätten wir mit einem Schrägdach arbeiten müssen. Wenn wir das Satteldach gedreht hätten, hätten wir gegen die gesamte Zeile, die im vorderen Bereich stand, also zur Grönnerstraße hin, mehr oder weniger ein 90 Grad gedrehtes Dach gebaut, was keinen großen Sinn gemacht hätte. Aus dem Kubischen heraus, aus dem rein Monolithischen des Steines heraus, wäre es noch ein drittes Element gewesen. Das heißt, wir hätten noch ein weiteres Element als Dachelement gehabt und das wollten wir an der Stelle einfach vermeiden. Okay, die nächste Frage ist, wie ist der Wandaufbau genau, vor allem der hinter der Bestandsmauer? Also dann versuche ich mal, von Bestandsmauer nach innen zu arbeiten. Es gibt die Bestandsmauer, dann gibt es eine Wärmedämmung, dann gibt es einen 36,5er Porotonstein und dann gibt es im drinnen einfach einen Kalkzementputz und der wird dann mit Farbe beschichtet. Im oberen Bereich ist der Wandaufbau eigentlich ähnlich, da wird nur die denkmalbeschütztere Mauer durch unsere Klinkerschale ersetzt und die Deckenbereiche, deswegen hat man natürlich auch die unterschiedlichen Deckenhöhen, die reagieren so ein bisschen auf diese ausgenommene, heterogene, vorhandene Mauer. Das heißt, die springen ein bisschen und dadurch haben wir das erste Obergeschoss etwas weiter nach außen ziehen können und haben dadurch die Dicke der Friedhofsmauer gegenüber der Dicke der unserer Vorsatzschale wiederherstellen können. Also das haben wir ausgleichen können. Das wird über die Deckenschalen hergestellt. Welche Holzarten habt ihr für die Fußböden und für die Treppe in der oberen Wohnung genutzt? Die Innenbereiche sind alle aus Eiche. Das ist Eiche, Segerau, ohne Phase geölt. Kommt aus dem Vorarlberg. Wir haben da ganz gute Kollegen, die zufällig gerade hier in Frankfurt für uns ein anderes Projekt bearbeitet haben, wo der Fußbodenleger hat ein eigenes Sägewerk und ich habe ihn gefragt, ob er das nicht machen könnte. Und wenn er schon mal da war, dann musste er auch den Außenbereich machen. Aber das ist Lerche. Die ist auch mehr oder weniger in dem Treppenbereich, wo es auch eine Lerche ist. Okay, dann ist hier noch eine Frage zum Sichtmauerwerk und Abdeckung als Kombination von Ziegelstein plus Betonplatte. Wie werden hier die unterschiedlichen Wärmespannungen kompensiert und wie erfolgt die Verbindung zwischen den beiden Materialien? Zwischen Beton und Stein. Die sind miteinander vergossen und über eine Bewährung miteinander verbunden. Okay. Und die werden reißen. Da wird es irgendwo immer einen Riss geben. Das ist uns bewusst. Aber ich habe als schönes Beispiel, ich habe die Bauarbeiter immer überzeugt, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, guck doch immer nach draußen, da gibt es eine wunderschöne alte Kirche und eine Mauer, die steht seit 500 Jahren. Das kann doch nicht sein, dass wir es nicht mehr hinkriegen, wo es nicht mit einem Stein zu bauen. Ja. Da haben Sie verstanden. Peter hat sich gerade gemeldet. Wolltest du was dazwischen sagen? Was sagt denn der Denkmalschutz nachher und besonders jetzt nach einiger Zeit? Wie sieht der denn jetzt die Behandlung der Wand über der Mauer zu Petersklitschhof? Es gibt der, also ich hatte es ja gesagt, es gibt die untere Denkmalbehörde und die obere Denkmalbehörde. Von der oberen Denkmalbehörde habe ich ein direktes Feedback. Das ist der Landesdenkmalkonservator, das ist der Heinz Wionski. Der ist schwer begeistert und der mag das Gebäude und die gesamte Herangehensweise sehr, weil er meinte, es ist eine wunderbare Verbindung eines modernen Bauwerks mit einer vorhandenen Struktur. Und von der unteren Denkmalbehörde habe ich kein direktes Feedback bekommen. Allerdings von der Stadt Frankfurt selbst, von Mike Josef direkt und so, habe ich auch nur gehört, dass er das Gebäude sehr gern mag. Sehr schön. Hier ist noch eine Frage. Wie viele Arbeitsstunden sind bei euch in das Projekt geflossen? Ich habe sie nicht gezählt. Und ich glaube, das wäre auch ein Frustrationsfaktor, den ich gar nicht zählen möchte. Es ist natürlich kein Projekt, mit dem man reich wird, mit dem man wahnsinnig viel Geld verdient. Das ist natürlich auch immer, also wir haben das Glück, in unserem Büro das Ganze auch über andere Projekte ein bisschen querfinanzieren zu können. Allerdings, ganz ehrlich, irgendwo, ich hätte keine Lust, an so einer Stelle ein Projekt zu bearbeiten, um dann an irgendeiner Stelle aufzuhören, nur weil ich jetzt die Stunden gezählt habe. Also entweder macht man so ein Projekt mit dieser Leidenschaft so fertig irgendwie, oder es wäre nicht meine Art. Also anders würde ich das nicht hinbekommen, persönlich. Ja, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um Robert Vollhardt noch mal zuzuschalten, würde ich sagen. Robert, du kannst dich selber... Ja, wunderbar. Sehr schön. Magst du vielleicht was sagen zu der Zusammenarbeit mit Andreas, wie das so abgelaufen ist? Gab es da auch mal Reibereien oder wart ihr einfach mit allem einverstanden? Ich würde es jetzt nicht so bezeichnen, als wir mit allem einverstanden waren. Ich glaube, wir haben hier und da das Projekt auch sozusagen mitgeprägt. Andreas, ich hoffe, du liegst jetzt. Es gab aber, glaube ich, immer einen Weg, dass wir an das Ziel gedacht haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich ein tolles Projekt hinstellen und dem auch untergeordnet haben, dass wir auch Widrigkeiten in dem Projekt hatten, für die weder die Architekten noch wir als Bauherren wirklich am Ende des Tages verantwortlich waren. Und wir haben immer wieder einen Weg gefunden, sehr, sehr gut und konstruktiv miteinander zu sein. so gut, dass wir von unserer Seite aus auch morgen mit denen wieder arbeiten würden und gleich was Neues machen würden. Wir haben im Moment gerade nichts am Start, aber wir sehen uns noch und sind, glaube ich, auch noch so, dass wir zusammen Wein trinken oder auch mal wieder was essen. Insofern, alles gut. Zusammenarbeit war toll. Robert? Das Schöne war, dass der Robert unsere Stunden auch nicht gezählt hat. Nee. Ich habe, nee, aber ich habe, ja, genau. Und wir waren sehr geduldig. Ich glaube, das kann man auch sagen. Robert, ihr erlebt das Gebäude ja inzwischen tagtäglich zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten und welche Situationen, welche räumlichen Situationen sind denn jetzt deine Liebsten in dem ganzen Bauwerk? Ja, das Schlimme ist eigentlich, das ist ja oft so, dass das auf der anderen, auf der anderen Seite liegende Stück Gras immer grüner ist als das, worauf man sich gerade befindet. Das Schlimme ist wirklich, dass bei diesem Projekt die beiden Wohnungen, die oben drüber sind, uns allen eigentlich so gut gefallen haben, dass mein Sohn immer sagt, er zieht da in zwei Jahren ein. Und ich eigentlich immer gesagt habe, ich würde da auch gerne wohnen, weil ich sie so ideal finde. Sie sind halt leider nur für eine vierköpfige Familie dann doch etwas im Raum beengt. Das mal vorab, also die Wohnungen sind wirklich fantastisch geworden. Aber, und das ist, finde ich persönlich, da wir wirklich jetzt seit über einem Jahr da auch schon arbeiten dürfen, dass diese gesamte Arbeitsatmosphäre in dem Projekt fantastisch ist. Wir hatten am Anfang wirklich Sorge, dass es zu dunkel ist und dass es so ein bisschen das Gefühl ist, dass man in so einem fritzelmäßigen Kellerloch da irgendwie eingebunkert ist, weil wir ja auch wirklich bei einigen Räumen nur diese kleinen Fenster haben. Aber das ist wirklich eine absolute Bereicherung und ein Raumerlebnis, was man hat durch die unterschiedlichen Deckenlevel und die Boden-Treppen-Stufensituation, die wir da haben, die mit diesen ineinander gehenden Räumen wirklich wunderbar ist. Also fantastisch. Und die Höfen sind auch traumhaft, sowohl jetzt, aber auch wenn die Sonne scheint, machen die eine große Freude, weil sie so unterschiedlich sind und man merkt, wenn man eben mal so ein Zweiergespräch führt, dann geht man in den Kleinen, wenn man mit mehreren Leuten mal irgendwie was essen will, dann geht man in den Großen. Also wirklich Chapeau. Und wir fühlen uns übrigens auch sehr geehrt, dass wir überhaupt in diese Auswahl vom Damppreis gekommen sind und haben aber das Gefühl, dass wirklich bei dem 150-fach wenigeren Budget auch wirklich ganz tolle architektonische Qualität geschaffen wurde, die fantastisch ist. Vielen Dank. Andreas, hier kam jetzt noch eine Frage, die würde ich dir noch stellen. Ob du noch was zu euren zukünftigen Projekten sagen kannst, woran ihr gerade arbeitet, was so in Zukunft kommt? Was die Zukunft bringt, weiß man ja immer nicht so ganz genau. Ich kann sagen, was wir jetzt gerade bearbeiten. Wir sind gerade dabei, ein Zweifamilienhaus irgendwo im Frankfurter Berg, also im Frankfurter Süden fertigzustellen. Da haben wir auch schon mal gearbeitet. Da haben wir schon mal eine kleine Erweiterung gemacht. Das ist ein denkmalgeschütztes Wohnhaus aus den 1950er Jahren, wo wir jetzt mehr oder weniger im Nebenbereich noch mal arbeiten dürfen, um mehr oder weniger so eine Rufsituation zu vervollständigen. Das wird wahrscheinlich im Juni, Juli sowas fertig sein, endgültig fertig sein. Momentan gibt es einen Rohbau. Da wird jetzt gerade verputzt. Dann gibt es natürlich, vielleicht weiß der eine oder andere, dass irgendwie haben wir so ein paar Schulen in Frankfurt und in Berlin fertiggestellt. Und wir haben da jetzt einen neuen Auftrag für Berlin bekommen, wo wir so eine Art Typenbau entwickelt haben, der jetzt an verschiedenen Stellen in Berlin noch mal umgesetzt wird. Da sind wir dabei, nur die ersten Grundstücke zu eruieren und das dort einzupassen. Dann wird in Frankfurt gerade ein Dachgeschoss, Neubau oder Erweiterungsbau fertiggestellt ist in der Berger Straße. Wenn er mal vorbeifährt, ein schwieriges Bauvorhaben, weil wir eigentlich genauso wie bei dem Bauvorhaben jetzt hier von Stylepark auch da keinen Baugrund hatten. Das Ganze allerdings in 25 Meter Höhe einen Baugrund hatten. Das ist auch schwierig. Und was ansonsten noch kommt, wir haben einige Anfragen. Das weiß man nicht, was sich daraus entwickelt. Wir freuen uns aber, wir freuen uns auch immer wieder, neue und andere Aufgaben zu bekommen und hoffen, dass wir jetzt nicht nur denkmalgeschützte Friedhofsmauern angefragt werden oder Schulen angefragt werden. Ich war gestern in Saarbrücken. Wir hatten eine Abnahme für den Kindergarten. Das sind natürlich schöne Aufgaben. Alles, was da weiterkommt, sind wir sehr gespannt. Ja, es wird nicht langweilig bei euch. Ja, hoffentlich. Ja, sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Peter, ich gebe dir noch mal das Wort, bevor ich dann hinterher noch mal auf ein paar Dinge hinweise. Vielen Dank. Es war eine runde Geschichte. Wir haben 18 Uhr eins, eine Stunde genau. Ich finde, ein sehr erfolgreiches und sehr effektives Format und auch sehr schön für die Zuschauer, genau die Details zu hören und den zu verfolgen. Ich danke dir, Andreas, sehr. Und ich denke, Nicole wird jetzt erzählen, was wir noch machen werden. Und wir sind mittendrin in der ganzen Geschichte. Ich bin begeistert von dieser Art von Webinaren und wir werden das in DRM auch für die Zukunft, auch in analogen Zeiten weiter verfolgen. Ich finde das sehr spannend. Vielen Dank an Ju. Gerne. Und für uns ist das natürlich auch eine Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, auch in Corona-Zeiten, wo wir uns jetzt nicht sehen können. Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wieder sehen. Nächste Woche haben wir am 7.05. um 17 Uhr ein weiteres Webinar zum DRM-Preis mit Wim Eckert zum Taz-Neubau. Und am 14.05. haben wir Alexander Schwarz von David Chipperfield mit dem Gewinnerprojekt bei uns. Es wäre schön, wenn Sie sich darüber auch wieder anmelden würden. Hier habe ich nochmal die Adresse eingeblendet, wo auch die Anmeldung ist. www.jung.de Schrägstrich Architekturwebinare. Und die vergangenen Lectures, die wir hatten, können Sie gerne auch unter den beiden Links, die Sie hier sehen, nochmal abrufen. Dann würde ich Sie gerne nochmal an unsere Podcasts erinnern. Unter www.jung.de Schrägstrich Podcast können Sie alle bisherigen Podcasts, wo auch Andreas bei war, jetzt schon hören. Und wir veröffentlichen im Moment jeden Dienstag und jeden Donnerstag eine neue Folge. Vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wiedersehen. Aber da sehen wir uns nicht persönlich, denn nächste Woche wird meine Kollegin Janne Slavitsch Sie begleiten und ich werde im Backoffice sein. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Andreas, danke Peter und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.